Na ja, Frau Harran, das mit der Kabarettnummer, das haben Sie eben abgeliefert mit dem schönen Satz Trennung von Kirche und Staat. Pardon. Es ist schon einigermaßen paradox, meine ich, durch diese Stadt irren täglich tausende Menschen, die nicht wissen, wie sie über den Tag kommen und die nicht wissen, wie sie den bevorstehenden Winter überstehen werden. Und Sie, Frau Seilbert, traktieren uns heute zum dritten Mal binnen kurzer Zeit mit einer Plenardebatte über einen im Jahre 2017 einmalig durchzuführenden Feiertag. Ich meine, drastischer können Sie die Politikunfähigkeit Ihrer Fraktion nicht unter Beweis stellen, wenn das Ihr prioritäres Thema ist. Aber sei es drum, sei es drum. Ich finde es vollkommen legitim, Frau Harran, wenn Menschen die Gründungshubiläen ihrer Vereinigungen feierlich begehen. Ich finde es aber absolut unverständlich, und Sie haben mich provoziert, ich mache jetzt kein Kabarett, wenn letztere, die Kirchen zum Beispiel, neben den satten Staatszahlungen in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro bundesweit alljährlich, sich nur auch noch die Feier eines Gründungsjubiläums staatlich alimentieren lassen. Die geplanten 23 Millionen Euro Gesamtkosten für den Evangelischen Kirchentag 2017 in Berlin werden mit 11,9 Millionen Euro, ich sage es noch einmal, 11,9 Millionen Euro staatlicher Mittel unterstützt. Das sind einmalige, fast 52 Prozent der Gesamtkosten. Und das Land Berlin ist mit 8,4 Millionen Euro dabei. 8,4 Millionen Euro zum Mitschreiben. Frei nach dem Dominikanermönch Johannes Tetzel, gegen den Weiher der Luther, ist man beinahe geneigt zu sagen, nur wenn das Geld dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ich bedauere das. Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit verfassungsrechtlichen Zwängen. Die Art und Weise dieser Zahlungen ist ausschließlich Ländersache. Ich zitiere die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage, Drucksache 181110 des Deutschen Bundestages. Den Ländern als Träger der Staatsleistungen steht es dagegen frei, einvernehmlich mit den Kirchen die Staatsleistungen zu verändern und neue Rechtsgrundlagen zu schaffen. Das Verfassungsrecht steht dieser Lösung nicht entgegen. Ende des Zitates. Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb Sie so lemmingartig ständig die Großkirchen dieser Debatte aussetzen müssen, sondern nicht endlich hier tatsächlich veränderte, ordentliche Verhältnisse schaffen und statt sich ausschließlich auf ein im Jahre 1803 gefundenes, sehr merkwürdiges Finanzgebaren zurückzuziehen. Das ist schon ein Stück aus dem Tollhaus. Was soll da eigentlich gefeiert werden, die Reformation Martin Luthers? Okay. Die historischen Wurzeln meiner Vorfahren liegen in der Gegend zwischen dem Küffhäuser und dem Harz. Die nahmen damals die Reformation Luthers sehr ernst und allzu wörtlich mit dem Ergebnis, dass sich die Bauern und Bergknappen dieser Gegend Folgendes anhören durften. Drum, ihr lieben Herren, loset hier, rettet hier, helft hier, erbarmet euch der armen Leute, steche, schlache, würge hier, wer da kann. Bleibst du drüber tot, wohl dir, seliglicheren Tod kannst du nimmermehr überkommen. Das war frühneuhochdeutsch. Und das war Luthers Schrift, ein Zitat aus Luthers Schrift, wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Er richtete das natürlich nicht an die Bauern, sondern an die Fürsten. Allein bei Frankenhausen starben 6.000. 6.000, danach wurden die Dörfer verwüstet. Aber okay, wenn Sie dies feiern wollen, gerne, machen Sie dies. Jadigar Assisi will in seinem Wittenberger Panorama Luther 1517 übrigens auch die Hexenverfolgungen thematisieren. Auch die erhielten durch Luther in der Folge der Reformation, das ist alles andere als Kabarett, Frau Harrand, einen heftigen Innovationsschub. Ich zitiere, die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder, sie schaden mannigfaltig. Also sollen sie getötet werden, nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Mindestens 25.000 Menschen gingen in den Feuertod, sicherlich nicht allein wegen Martin Luthers, aber auch. Und das sollen wir feiern. Ich bin gleich fertig. Ich würde hier lieber Friedrich Spee, einen Jesuiten, der das Ende dieser Frauenverfolgung einleitete, feiern. Aber meinetal, ich spare mir jetzt die allen bekannten Ausfälle des Reformators gegen die Juden. Das ist zu heftig, was er da gesagt hat. Das lassen wir mal bitte sein. Aber okay, ich finde es legitim, wenn die EKD ihr Gründungsjubiläum begeht. Aber machen Sie in Gottes Namen daraus keine Zwangsfeier für die ganze Stadt. Man riecht die Absicht hinter dieser Missionsfeier und man ist verstimmt. Noch dazu, wenn man sie mitbezahlen muss. Aber Sie haben es ja schon angedeutet, Sie winken das durch. Auch darin liegt ein Trost, meinte Luther. Nämlich vom 28. bis 31. Oktober 2017 wird Berlin ein langes Wochenende haben. Liebe Berlinerinnen und Berliner, nehmen Sie Ihre Kinder an die Hand. Verlassen Sie an diesem Wochenende die Stadt. Denn wem Gott will Rechte, Gunst der Weisen, den schickt er in die weite Welt. Dichtete der Freiherr Josef von Eichendorff. Leider haben wir dieses Erlebnis nur einmalig. Wenn Sie ein bisschen Traute hätten, würden Sie den Reformationstag als ständigen Feiertag einführen und aller Heiligen gleich mit. Von wegen der konfessionellen Gleichberechtigung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.